Was soll das Scheiß? Da steht irgendeine Assi-Karre bei unserem Parkplatz. Was? Da steht irgendeine scheiß Assi-Karre bei unserem Parkplatz. Ja, jetzt reg den nicht so auf, der wird schon wieder weggefahren. Daniel, du hörst mir nicht zu. Der fährt nicht mehr weg. Das ist ein scheiß Rot-Blauen. Das ist ein scheiß Rot-Blauen.